Und kurz darauf die Salzburger außer sich, weil Gullbranzen von Trauner abgeräumt wird. Marco Rose platzt die Hutschnur und es gibt für Trauner nur Gelb und das ist eine Fehlentscheidung. Das war ein wirklich brutales Einsteigen vom Linzer Kapitän, hat eigentlich keine Chance auf einen sauberen Ballgewinn und kriegt für diese Aktion nur Gelb.